hallo und herzlich willkommen zur halloween party ja totenköpfe im bild und so den tocker ist gerade ganz ganz weit weg ich habe die letzte folge beendet bei den anderen geiles deutsch best deutsch aber ich glaube ich bleibe noch kurz bei denen und guck ob ich noch was bei denen scannen kann die müssten eigentlich gleich auch wieder kommen normalerweise die sind in store dann mache ich mal die tür auf nein quatsch oak table ich habe das zack zack wo ist das gold da fällt die tastatur fast runter heiliger bimbo 1 2 3 harvester habe ich jetzt hergestellt alter faller was ist das leim sapling kann ich noch 1 2 3 ach die sind doch stackable sehr gut sehr gut sehr gut dann brauche ich jetzt ein paar jahren papaya 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 kind sie hat dicke eier die redstone sehr geil you're right läuft squeeze kann ich bestimmt nicht der ist teil von forestry gern tank was fehlt mir mir hungry chest ja perfekt eins zwei table habe ich noch nicht partbilder habe ich noch nicht toolstation habe ich noch nicht jetzt ja eins zwei oh wer ist denn hier gestorben bitte wessen am kopf ist das ist das nicht der von wie heißt er gleich noch mal hier ist noch ein anderer kopf ich weiß nicht wovon du sprichst ich bin gerade an der wand von ach die ehrengedenktafel ja da bist du okay jetzt das war jetzt ja flipzocken glaube ich wird ihm auch sein gut dann gehe ich noch mal die anderen inseln absuchen oder die eine andere wo ich gut hinkomme ach verdammt was haben die denn da oben haben die da noch deko elemente ich habe ich aber schon sehr schön ihr hört bei mir im hintergrund übrigens weinhalb ich bin schon ein bisschen in stimmung ich habe gar keine musik an ich mache jetzt aber gerade jetzt brauche ich auch lehrer und zwei glas bottels machst du mir ja aber ich bring dir dein schwert erstmal zurück oh ja gut dass du sagst das wichtige zuerst oh lag lag of dead ah bevor ich weitermachen wir eben ganz kurz die musik ganz wichtig glassbottels hätte ich genug ich bräuchte nur noch leder hast du noch leder übrig ein leder ist im inventar im system wenn du das ja ja mehr meine ich ähm ne leider nicht ne ok so das oh das war entschuldigung das konnten wir jetzt nur die zuschauer hören und ich hatte wie kann ich denn jetzt ich geh mal runter gucken ob du noch seats hast seats hier sind seats und das ist unser gebiet singende caballeros auf einem bombegeweg ne quatsch ich brauch ja weizen wenn sich dein nebelpferd sieht dann hörst du irgendwie von irgendwo so meisse musik ja ich liebe diesen song ich liebe diesen song wir sind hier nicht bei äh kiltsy singt die besten schlage des letzten jahrhunderts sondern äh das ist wahnsinn ach ja und übrigens wolle petri plant sein compact wenn du den satz beendest werde ich die nächsten 5 minuten nicht mehr mit dir verrechnen ach komm das ist doch nur der wolle nein ach ich kann noch zu komak da verstehe ich keinen spaß aber erstmal scanne ich scanne ich fülle ich meinen jetpack wieder auf ja fülle ich mal ab äh auf was ist das eigentlich hier was ist da denn passiert ach da ist ein bacon schade dass es kein bacon ist ich liebe bacon ich schwärme für speck ich schwärme für speck nice ein bausparvertrag ja schöne grüße an der stelle an coldmirror ja genau you are awesome sakriköstlich ja raw beef sehr geil ähm 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 was wollte ich denn jetzt machen einen planta ne planta habe ich schon gemacht dann einen fertilizer genau das war es mm einmal zweimal so was brauche ich jetzt noch für dieses siegel siegel of death habe ich ja eigentlich schon mal erzählt dass ich die coldmirror mal gesehen habe in der straßenbahn mal und sie nicht angesprochen habe weil ich so gefanboyt habe das ist nicht so schön ja mann so gefanboyt mann ganz schlimm ganz schlimm hab sie nicht angesprochen wow 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 ja ich bin ja hier aus der gegend von bremen ne ein fischkopf ja er hat hier studiert zumindest ich weiß nicht ob sie noch hier ist keine ahnung mit ihrem süßchen was ne ne ein süßchen ich weiß nicht diese weh ne süßchen komm her komm her komm her ein süßchen pf was soll ich denn hier ähm, sterben na, ich muss weg nein, im Ernst, was soll ich hier? was denn? echt sterben? soll ich echt sterben? hast du nicht gesagt, ich soll herkommen? oder hast du mit den Hühnchen geredet? ich hab mit dem Hühnchen geredet er redet wieder mal also, beziehungsweise eigentlich hab ich mit der mit der Plank Slate geredet die da getroppt ist aber also, wenn du dich angesprecht fühlst dann tu es jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr warum kann ich eigentlich nicht mehr rennen? jetzt, jetzt kann ich wieder rennen mhm, ok bäm turbo mhm, ok mhm, ok ja, Drogen sind schlecht mhm, ok mhm, ok wo sind denn die ganzen Harvester? hä, hallo? Harvester, Harvester, Harvester red for Slate hä hab ich stills in meinen ach, da hab ich stills in den gemacht ich bin so doof so doof, ja so doof bin ich sag nix ich weiß gar nicht, ob ich noch Zuschauer hab ich bin ja nur am scannen hier haha schlimm, was der Kind sich hier immer durchzieht der zieht einfach sein Ding durch ist ja ekelhaft echt ich will gar nicht wissen, wo durch den Kakao den Kakao ja so, ich opfer ein Ei äh, du sollst doch rüber verlegen das klingt mehr als falsch tschüss Ei so, jetzt bin ich nur noch ein-eiig für ein ein-eiiger Zwilling nee, kein Zwilling neiii also der Mob-Spawner vom Komag ist natürlich auch genial, ne ja, aber man braucht halt eigentlich noch nicht so Mob-Essenz, deswegen mhm, ist aber praktisch finde ich, kommt das wenn man sich die spritzt kriegt man eine Erfahrung da musst du halt nur ein paar Hopper da reinsetzen, ne unten so, ich wollte eigentlich nur jetzt die Aura scannen ah, ich geh mal grad pennen dankeschön dass du hell machst mhm melon nee, geht nicht dirt melon seed hat ich schon potato jetzt hab ich auch mal potato potato möchtest du das Siegel mal in äh, in, 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 in in Aktion sehen? oh ja, ich komme wissen du? bei Komag boah, hast du, du bist die wiii cool die Auren am abfahren ja, ich habe versehentlich Komag ein Knochen geklaut mal gucken, ob ich ein Hund äh, was geht nether salpeter-ohr okay was ist dies? wir haben salpeter-ohr bekommen das kann man auch nicht machen ich habe nichts mehr zu essen mhm, gut ich mache vier Keulen ich komme nach Hause mami, was hast du zu essen gemacht? wieso? kannst du das zeigen? was du mir zeigen wolltest? auf dem Weg? oder was? ne, aber ich will nicht, dass du verhungerst oh, leck leck of death ja, das wäre okay das wäre nett ja, ich kann schon nicht mehr rennen bin schon auf der Brücke ich will aber springen ja dankeschön mein Lebensretter mein Held eat it ja, ja, ja überall legen Saft Flaschen überall liegen Saft ich muss, ich muss ja, ich hab oh, ich bin heute so durcheinander ich wurde heute schon so gefordert weil du so unterhungert bist überall liegen Saft überall liegen Saft Flaschen oh man oh man oh man oh man meine Stahlrüstung ist fast kaputt ich geh auch noch mal meine Stahlrüstung ist schon gar nicht mehr da außer mein Helm was? die hält nicht sehr lange ne hab ich auch so gedacht soll ich dir mal zeigen? hier, ich hab ein cooles Siegel ja ja, was machst du damit? komm hier hin komm hier hin hast du das Siegel des grünen Dings da? ja aber musst du dafür nicht musst du dafür nicht Blut opfern? bam musst du dafür nicht ach so ja, Blutmagie funktioniert logischerweise mit Blut ja und wie viel Blut verlierst du wenn du einmal drückst? ich glaube ein Viertelherz oder so ach pff ich weiß eigentlich nix ok so, das habe ich gemacht jetzt ist er also aber das ist nicht fliegen damit kann ich fliegen du kannst doch schon fliegen ja aber halt mit Blutmagie gepliegen wow geil eine Gast hier das habe ich ja alles schon das ist ja pipifax sechs Federn eine Gast hier und eine verstärkte ähm Steinplatte ähm ja, kein Problem nö die Steinplatte musste ich eben eh schon eine machen aber hier dieses grüne Siegel ist teuer und sag mal hast du mitgekriegt das Rezept dafür ja, nee, nee sorry drei Harvester zwei Planter und zwei Fertilizer ach doch ich habe es mir letztens mal angeguckt doch ähm auf Screen also im auf Singleplayer Map ähm hatte ich auch gedacht echt krass hast du schon Bier gekriegt? das ging eigentlich noch recht zügig ja oh man ich brauche auch Leer wir könnten ja dann äh müssen wir mal mehr züchten ja ich bin grad schon mal eine Kiste hin mach mal eine Kiste hin und mach da Weizen rein dann können wir immer wenn wir da sind wir haben immer Weizen in der Scheune ja aber mach doch einfach eine Kiste davor ja ich guck mal ob ich hier noch eine Kiste drin hab nö aber Holz dann geht es schneller schneller wir können auch einen Breeder bauen aber dann dreht irgendwann der Server am Rad dann müssen wir darauf achten dass wir den Breeder auch aushalten das möchte ich nicht weil der der füttert immer das möchte ich nicht ne ne ist auch keine gute Idee ich stell die hier in die Ecke dann haben die Schafe auch was davon so hm warum geht es nicht ah falsch und auch geholt ok ach ne Schafe brauche ich jetzt echt nicht mehr züchten Schafe haben wir wirklich genug aber Kühe immer noch nicht genug dann gehe ich halt Monster klopfen ne geht auch nicht kein Monster da ne du Tuckert ich hab wirklich alles aufgeräumt ich kann ein bisschen schneller fliegen jetzt was ist das denn wie geil ist das denn kannst du mir das Siegel kurz leihen das bringt dir nichts warum nicht weil du kein Blutnetzwerk hast ja und du bringst dich damit um inwiefern ja das zieht dir direkt von den Lebenspunkten ab ja und bei mir ist das wie und du kannst jetzt das Blut aus deinen Tanks dafür benutzen oder was nein ich hab doch ich hab doch ein Blutnetzwerk quasi in meinem Blutorb es ist wie ein Netzwerk quasi aha und womit ist das verbunden damit ja mit meinem Blutorb ach so und wie viel hast du da drin 12.000 momentan und du brauchst ach so davon kannst du das kannst du auch anzapfen direkt mit allen deinen Siegeln ja ja wie geil ist das denn die Mord ist ja doch besser als ich dachte die ist doch auch cool ich fülle jetzt mal nochmal gerade auf mein Blutorb und ich komm aber bleib bitte von den Orbs weg weil die sind halt an mich gebunden und wenn du die benutzt werden die überschrieben also ein bisschen ja dann dann lass ich die Finger davon ich mach einfach Turmcraft weiter ok du kannst übrigens Quest abgeben pick one yeah wizard steve open ähm useful sign pick one claim reward und dann kann ich noch nein kann ich nicht ist noch nicht so weit so reward bag bill cherry 1 2 3 4 5 6 7 leder brauche ich oh man oh man haben wir nicht noch ich gucke mal in unseren alten kisten ob wir da noch was drin haben hm ich glaube da wirst nicht viel glück haben ich glaube ich habe mal was beim mobdrops reingepackt weil es ja auch mobs sind die kokos guck mal was unser laser drill gebracht hat oh noch noch led doch impleather habe ich ja das was ganz normales leder machen sehr geil wo ich das denn her weiß allerdings nicht wie viele die habe ich aus dem leder mitgebracht ja vier stück ergeben zwei aber mit den kühen zusammen könnte das reichen habe ich vier jetzt und wir haben noch vier kühe erreicht vielleicht habe ich auch das glück dass ich mehr als ein leder pro kuh bekommen ja ich habe eben ein oder zwei mal zwei bekommen mit meinem schwert ne mit meinem ich habe dein schwert ach so naja ich habe eben mit deinem zwei bekommen ja ich habe gedacht du hast du hast mir meins zurückgegeben naja ich kann ihn noch nicht wieder füttern naja ich kann ihn noch nicht wieder füttern naja schade ok ich weiß jetzt ein ritual kreis warum haben wir nur drei kühe oder stehen da zwei ineinander ah da stehen zwei wirklich zwei ineinander ineinander gott sprachfehler so jetzt haben wir nur noch baby kühe ja es kann da auch noch hin zehn lever ich nehme die abkürzung fall nur nicht runter hier ist ein messer wieder bitteschön merci oh mein messer bräuchte auch leider genau das auch wenn du es so toll findest direkt gerade hier am studieren naja ich kann auch warten was jetzt doch schmeiß weg zack hier ist mit diesem ritual kreis dual kreis was ich jetzt weitermachen muss da muss ich in ruhe mal in ruhe ich einlesen beziehungsweise gucken wie die genau gehen ach das nächsten folge gibt es diesmal kannst du eine quest abgeben äh noch eine also von dir ja 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 wizard steve wants of power weißt wieso nicht manuals habt mit jetzt kannst du es ah ok krass genau in dem moment wo ich drüber gehovert hab war es noch nicht fertig und dann hab ich drauf geklickt und dann war es fertig claim reward orange saplings und die andere kiste oh greater reward back drückt mir die daumen du toka acht minuten fliegen wood golem immerhin wood golems sind übrigens die schnellsten golems oh herz spielpunsch mhm die kann man gut benutzen um ähm sachen zu regeln oh er hat benutzen gesagt ja ich benutze meine golems orange saplings ja die pflanze ich mal direkt orangenbaum dann sind wir in orange county oh unsere unsere festplatten werden langsam aber sicher voll ja meine meine echte festplatte auch wieso ich habe so viele folgen noch in vorbereitung die ich alle noch rendern muss das ist nicht mehr herrlich bei mir ist alles hoch da oben ja du hast auch einen schnelleren pc als ich ja mach mich fertig nein ich habe zwei ja noch besser gucken wir mal nochmal nach dem bienchen wie sieht es da aus auch nur kacke ich habe es nochmal hier sie zieht aus kann sie nochmal geile ressourcen schneller körper ich will redstone mann ist kaputt geht glaube ich so schneller ich repariere mal unseren mcdonalds ich habe eine vanille bekommen scheibenhonig nein ich brauche das zu reparieren weiß ja der ton macht die musik entschuldigung ich habe schon wieder aufs mikro gehauen weil es auch von dem weg steht hier ich brauche ich brauche mal ein arm ich brauche ein arm hast du noch einen arm ja klar drei stück welchen willst du jetzt nicht den kurzen was wollte ich jetzt clay i need some clay i need more than six clay maybe i get the sludge boiler was ist los warum steht der schon wieder auf falsch rum was soll denn das immer wenn ich hierher kommen tuki willst du mich vielleicht veräppeln nein was hast du denn schon wieder funktioniert das teil wieder nicht ja jetzt funktioniert ist weil der ausgang auch als ausgang eingestellt ist ist er sonst irgendwie nicht wenn ich habe da nix rumgestellt wirklich nix weise ich von mir weg ok jetzt habe ich nur acht die können auch mit dem schraubenschlüssel nicht umgehen ja mittlerweile schon ja mittlerweile schon stimmt ich habe sie im umgang mit werkzeugen gelehrt geübt und jetzt geht die welt unter jetzt wird die welt untergehen apropos welt untergang läuft mein atomreaktor noch äh deine welt untergangs maschine oh yeah baby also wir produzieren ganz langsam erde und wir brauchen ja auch im moment nicht viel erde von daher ist es alles gut was hier passiert so ich muss mal wieder wie die nein ich muss mal wieder ich man nur ich mache es ja manuell nicht mit dem manuel du machst dem manuel was liegt da rum ich brauche was zu essen ich habe immer noch nichts ich habe möhren dabei ok wir müssen jetzt morgen jetzt mal froh essen dauert ein bisschen länger aber naja redstone redstone energy convert wo sind sie das brauche ich dafür brauche ich das harten glas was nur harten glas und elektron und dass wir ihn habe es zu überprüfen die planter meine ich alles gut der zieht aber nur noch wenig sie tausche ich einmal oak saplings braucht er doch gar nicht mehr machen wir doch gar nicht mehr hat er nur noch jungel holz wir müssen so langsamer sich auch die abwand machen und dann so langsamer sich ist die folge zu ändern ok aber nur so langsam aber sicher ok und wir haben ja noch elektron dann nehme ich das muss gar kein neues zu machen das sollte jetzt übrigens heißen kinzi du musst gleich jetzt die abwand machen ok vielen dank fürs zuschauen nächstes mal werde ich nur am anfang der folge noch hier die kisten organisieren und dann werde ich mal wieder ein bisschen taumcraftisieren vielleicht kommen wir ja irgendwann mal dazu dass ich hier mal den alchemie golem hinkrieg und dann können wir so langsam loslegen auch essenzen zusammen wir werden sehen mal sehen mal schauen oder oder wir ziehen mit dem golem in den krieg das dauert noch ein bisschen dafür brauchen wir die golem ausrüstung die ist hier unten kann ich mir die kaufen auch die kann ich mir kaufen ist eigentlich kein problem na gut dann machen ok reingehauen doch